Hi Leute! Heute geht es um Frutarier, ob es möglich ist, sich nur von Früchten zu ernähren und was ich für Erfahrungen damit gemacht habe. Und zwar möchte ich heute in dem Video mal darauf eingehen, ob es denn möglich ist, sich nur von Früchten zu ernähren, ob es denn sinnvoll ist und was meine Erfahrungen damit sind. Weil mir ging es auch vor einigen Jahren so, als ich zum Beispiel in die Rohkost vor fünf Jahren komplett eingestartet bin, da war ich recht dogmatisch, sage ich mal, und habe mir gedacht, hey, eigentlich, Früchte müssten so das Beste und Sinnvollste sein. Ich hatte da viel gelesen, viel angeschaut und war dann auch viel in den Tropen teils unterwegs und in sonnigeren Gefilden und habe teils über ein Jahr hinweg, sage ich mal, also wirklich fast nur Früchte gegessen. So, es kommt jetzt auch darauf an, wie man das Ganze definiert, das vielleicht auch noch vorweg. Frutarier, ja, manche essen wirklich komplett nur Früchte, die vom Baum fallen, alles, was der Baum so gibt. Oder ob man eben auch noch Nüsse, Samen, Saaten isst. Und dann ist das Ganze schon ein bisschen besser möglich, um auch darauf einzugehen. Also meine Erfahrung war natürlich, wenn du viel Früchte isst, Verdauung geht gut durch. Es ist einfach das schnellstverdauslichste überhaupt, Früchte. Aber ein Riesenpunkt ist und was ich immer wieder gesehen habe, wenn man mal beobachtet, Menschen, die das wirklich über längere Zeit machen, über Jahre, man leidet damit Schiffbruch vor allem. Also das sind einfach nur meine Beobachtungen. Ich habe es, wie gesagt, selber so ein Jahr gemacht, habe da aber auch viel mehr Kokosfleisch und Fett gegessen. Da kann man die vielen Früchte, viel Zucker usw. noch ganz gut ausgleichen. Komme ich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Aber normalerweise, ich habe jetzt persönlich niemanden kennengelernt, der das wirklich über Jahrzehnte macht und der dabei gesund, gut, fit, leistungsfähig ist. Und ja, wo ich gemerkt habe, okay, das ist sinnvoll so. Die meisten Leute, die ich beobachtet habe, haben das mal für ein, zwei Jahre gemacht. Ich habe es ja so ein Jahr fast gemacht, sage ich mal, damals und habe einfach gemerkt, okay, das funktioniert überhaupt nicht, haut nicht hin, nur Früchte zu essen. Der Körper kommt komplett aus dem Gleichgewicht. Also ich würde definitiv davon abraten, gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Ob es möglich ist, keine Ahnung. Ob es sinnvoll ist, weiß ich nicht. Mit passenden Lebensmitteln. Aber der Punkt, den ich festgestellt habe, gerade wenn man, und das ist allgemein ein Problem, oft, wenn viele in die Rohkost reinspringen. Mir ging es zum Beispiel auch am Anfang so. Man denkt, okay, Früchte entgiften super und ist eigentlich das beste, bestverdaulichste. Man fühlt sich am leichtesten natürlich, weil es ja auch am schnellsten durchgeht. Aber man kommt halt aus diesem Gleichgewicht raus, weil die Früchte heutzutage so stark überzüchtet sind. Sie sind nicht mehr im Gleichgewicht. Sie sind viel zu sehr auf Zucker überzüchtet und die Mengen sind halt auch das riesige Problem. Oft werden viel zu viel, viel zu große Mengen an Früchten gegessen. Und am Anfang macht man das sowieso, weil es geht viel zu schnell durch die Verdauung. Man ist nie richtig gesättigt. Wenn man nur zu viel Früchte isst, das kennen vielleicht viele, dann hat man dieses Graten auch schon nach dem Essen eben. Und das ist wirklich ein Anzeichen, dass sowas überzüchtet ist. Wenn du dich nach dem Essen nervös, unruhig, zittrig fühlst, nicht ausgeglichen und zufrieden, dann ist es ein Anzeichen, dass die Früchte halt besonders stark überzüchtet sind. Und wenn man das halt über einen längeren Zeitraum macht, so über kürzere Zeitraum, gerade wenn man auch mal eine Entgiftung, Entschlackungskur macht, wenn man fastet und so weiter, oder halt einfach mal eine Zeit lang nur Früchte isst, ist das in Ordnung. Aber ich kenne wirklich keinen persönlich, der das irgendwie über einen längeren Zeitraum in Europa irgendwie gemacht hat. Und wenn man sich dann mal anschaut, Leute, die das wirklich über Jahrzehnte gemacht haben, da sind halt zwei Faktoren vor allem da, meistens. Und ein Beispiel, das mir da einfällt, ist eben Loren Lockman. Er hatte eines der größten Fastencenter der Welt oder das größte Fastencenter der Welt in Costa Rica. Und der nährt sich selber seit, ich hatte mal ein Video gesehen, über 28 Jahre hat er gesagt, ja, rein von Rohkost beziehungsweise überwiegend Früchte. Also er isst zweimal am Tag eine Papaya, vielleicht diese Größe oder eine kleine Wassermelone. Und so einmal in der Woche hat er gemeint, isst er vielleicht mal eine Avocado oder Kopfsalat, irgendwie sowas. Einen leichten Blattsalat, so einmal in der Woche. Und das ist halt auch genau der Punkt. Erstens, er isst sehr wenig und ich kenne keinen, der auf lange Sicht irgendwie gute Erfahrungen gemacht hat, wenn man wirklich exzessiv größere Mengen Früchte am Tag isst. Also zum Beispiel, wie es ja häufig gang und gäbe ist, gerade bei diesem 80-10-10, falls es noch einer kennt. Also wirklich Kiloweise Obst am Tag. Nicht nur eine Wassermelone und eine Papaya, eine kleinere, sondern eine Riesen-Wassermelone und davon zwei am Tag. Und dann noch, weiß ich nicht, zehn Mangos, zehn Bananen und so weiter. Kiloweise Datteln und sonst was. Und all diese Leute und bei mir selber habe ich halt auch gemerkt, so irgendwann ist der Körper einfach komplett im Ungleichgewicht und man ist nicht mehr ausgeglichen. Energielevel geht runter, man hat dieses zittrige, nervöse Gewicht geht runter. Also übermäßig runter dann auf Dauer, was ja nicht normal, nicht gesund. Also ja, natürlich die meisten Leute in unserer Gesellschaft haben zu viel Gewicht, aber das geht wirklich oft dann, also auf lange Sicht dann zu stark runter. Und ja, Energie geht dann eben auch runter. Anfänglich mag es einem vielleicht besser gehen, aber der Körper hat halt auch noch seine Puffer, seinen Speicher und kann das alles noch ausgleichen. Aber, und er ist halt gleichzeitig entlastet, aber auf lange Sicht kenne ich halt wie gesagt keinen, nur Loren Lockman eben zum Beispiel, von dem ich es eben gehört habe, länger verfolgt habe die letzten Jahre. Und bei ihm ist es halt wie gesagt so, er isst halt geringe Mengen und ich kenne keinen der größeren Mengen und dann eben nur Früchte am Tag über längere Zeit isst und sich damit noch gut, fit, gesund lebt, fühlt. Und gleichzeitig natürlich, er lebt halt auch in den Tropen, er baut selber an, eigene Früchte so, das ist der zweite Riesenpunkt so, wenig und eigene, eigene Angebaute. So, es ist was ganz, ganz anderes und gerade bei den Supermarktfrüchten und das machen halt viele. Und auch die überzüchteten Früchte, die du so auf den Märkten in Chiang Mai, in Thailand, sonst wo in Asien bekommst, sind auch schon so stark überzüchtet. Und hier in den Supermärkten sowieso, da ist nicht mehr viel drin und es ist nicht mehr wirklich energetisch so. Und das ist halt der Riesenpunkt, also ich kenne keinen, der das dann auf lange Sicht, wie gesagt, mit Supermarktfrüchten, mit gezüchteten Früchten und mit Riesenmengen täglich gemacht hat oder damit Erfolg hatte und damit sich gut und wohl gefühlt hat. Wenn jemand überwiegend oder nur Früchte isst, wie zum Beispiel bei Lauren Elkman, dann waren es immer geringere Mengen über den Tag, auch wenn es zu 95% Früchte sind. Genau. Oder zu 100% und halt diese kleineren Mengen von Walter Schaube. Das Buch, das hatte ich ja öfter mal erwähnt, habe ich auch in der Infobox unten drunter verlinkt. Könnt ihr auch mal schauen. Er beschreibt davon von Paradieskost. Ich habe es selber noch nie erfahren über einen längeren Zeitraum. Er beschreibt halt, dass es für ihn so ging, dass er dann Beerenfrüchte isst und aber 500 Gramm auch nur am Tag. Also wirklich kleine Menge. Und dann war es für ihn möglich. Zumindest was er beschreibt. Kann ich nicht sagen. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich persönlich habe die Erfahrung noch nicht gemacht. Aber das ist halt so ein Riesenpunkt, was ich bei Früchten festgestellt habe. Wenn ihr damit Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt gerne mal unter das Video. Würde mich brennend interessieren. Was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Ob ihr jemanden kennt, der über Jahrzehnte damit gute Erfahrungen gemacht hat, ohne diese zwei Punkte zu beachten, mit den Mengen und selber anzubauen, nicht stark überzüchtete Früchte zu essen. Ja, weil es ist doch was, wo ich gemerkt habe, wo vielen passiert, dass sie da reingeraten und dann so begeistert davon sind. Ich war davon anfangs auch sehr begeistert. Schmeckt gut. Und man fühlt sich halt erstmal besser, weil der Körper sehr entlastet ist mit der Verdauung und so weiter. Aber, wie gesagt, auf lange Sicht, weil sie einfach im Ungleichgewicht sind, bekommt man halt Probleme damit, wenn man dann nicht mit Fett, mit Grün ausgleicht und so weiter. Und allgemein ist es halt wirklich immer individuell. Viele schauen sich da, wie gesagt, auch immer nur die Ernährung an. Also nicht da irgendwie einfach blind irgendwas ausprobieren. Dabei kann man so viel falsch machen, sondern informiere dich erstmal. Schau dir hier auf dem Kanal zum Beispiel die anderen Videos noch an. Man kann so viel damit falsch machen, gerade wenn man so stark in eine Ernährungsumstellung reinspringt und dann auch oft denkt, okay, die Ernährung ist der einzige Punkt. Aber es gibt viele Faktoren außer die Ernährung, die da rein spielen. Und es ist halt immer so individuell, an was für einem Punkt man da gerade ist. Und deshalb ist es halt immer super wichtig, individuell bei sich mal zu schauen. Hey, was habe ich da noch für Faktoren? Wie lebe ich überhaupt? Was habe ich für einen Stress? Wie bewege ich mich? Wie ist mein Lymphsystem im Schwung? Wie funktioniert alles? Und diese Punkte dürfte man halt nicht vernachlässigen. Jeder hat unterschiedliche Baustellen und je nachdem, wie man da voranschreiten muss, ist immer individuell. Ja, bei dem einen ist mal eine Totalsperrung und die Straße muss mal kurz dicht gemacht werden. Wenn dann sonst alles gut läuft, kann man aber auch nur mal eine Spur sperren bei der Straße. Und so sind es halt wirklich individuelle Baustellen und das gibt es halt zu beachten. Also, wie gesagt, schreib gern unten drunter und das Video, was deine Erfahrungen damit sind. Gib gern einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Teil das Video, abonniere den Kanal und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute. Und ja, eine gute Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Oder du kannst auch gerne mal in Facebook, genau, wenn du da auch mal selber bei dir schauen willst oder eine Frage hast. Ich bin auch immer einmal in der Woche ziehe ich mir ein, zwei Fragen raus in der Facebook-Gruppe. Ist unten drunter verlinkt auf der Webseite. Und kannst du deine Frage einfach mitbringen, kostenlose Gruppe. So, geh da einfach rein und stell die Frage und dann können wir da auch mal schauen, wie das da für dich ist. Jo, ansonsten mach's gut. Schönen Tag dir. Ciao.